Zerstörter Mond Ich glaube es geht schon wieder los Okay, beeindruckend Wir lassen dich raus Viel Glück mit Ravis Dir auch Hey kleiner Komm wieder Jetpack, an die Geschütze Verstanden Und ich brauche vielleicht noch Blut von dir Falls ich müde werde Eine Vampirin Eigentlich, so gesehen So, kommen wir zurück Hier waren wir auch schon Und wir sollen einfach da nach hinten Okay Machen wir einen Speedrun Fachtladen weg Hallöle, meine Lieben Muss ein Free Wie? Ne, macht er nicht Speedrun, ja? Speed, speed, speed Speedrun Der beste Weg ist durch die Anlage Der beste Weg ist Durchgesprungen Oder so Kannst du nicht schneller laufen? Jetzt kann ich da durch Nice Warum? Das hat mir weh Du hattest irgendwas in mir drin stecken An An Das reicht's aber Das reicht's aber So Jetzt zu dir Kann ich nicht einfach Nein Scheiße Mann So wird es nix mit dem Speedrun So Vielleicht hat Santari den Kompass In dem Turm versteckt Gibt nur eine Art Wie wir das rausfinden Indem wir Klettern Nein Ich wollte das Ich wollte euch zuhören Ich stand da doch schon eine Weile Warum waren sie nicht schon längst tot? Der einzige Weg ist durch die Feuerkammer Ja Mir gefällt die Idee auch nicht Lauf 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 Das sieht schon geil aus. Aber ich stell mir grad vor, eigentlich müssten wir voll verstrahlt sein. Weil der Strahl baut sich hier schon auf. Ich bin so schön verstrahlt. Wo haben wir denn aufgehört? Eins, zwei, drei. Ich liebe diese Sprung-Einlagen und Klettern. Da ist wieder Abkürzung. Ich würde mich nicht so herumkommandieren lassen. Sei still und halte Wache. Roger, roger. Ich würde mich nicht so herumkommandieren lassen. Der hat sich wieder selbst umgebracht da oben. Der legt unsere Schöte ab. Ach was, echt? Machen wir die Nummer so? Oh, wie viele denn noch? Du bist da schon mittendrin gewesen. Oh, scheiße, ich hab keinen gemacht. Ich hab keine Macht. Ich hab keine Macht. Ich hab keine Macht. Warum hab ich keine Macht? Verdammt! Du hast mich gerade so erwischt. So, erstmal du. Dann du. Ich krieg' dich hin. So. Jetzt ist die Frage, müssen wir da lang? Ich glaube, ja. Also gehen wir erstmal nicht. Wer bist du? Noch so ein Battle im Raider. Hallo. 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 Was denn eigentlich, wenn ich... Ich kann dich nicht nach oben schieben. Hier ist gar kein Loch, wa? Warum? Reicht jetzt. Was mache ich hier? Reicht jetzt. Ich zieh' mich zurück. So. Kanone. Stoß einen Gegner mit Schub in die Minenkanone. Schön. Aber nicht schön, dass wir kein Leben mehr haben. Ego. Wie lange hast du geschlafen? Bald wirst du wieder singen. Da hoch müssen wir nicht, oder? Das bestimmt auch noch. Hey Carl. Kannst du mich hören? Ich höre dich. Alle okay? Wir sind ja kaum zurück. Keine eine, aber mach jetzt nur und sag Bescheid, wenn du auf dem Rückweg bist. Alles klar. Aber vorher. Das muss so schädlich sein, schon allein in der Nähe zu stehen. Eine Giste. Duolant. So. Jetzt gehen wir weiter. Ich hätte wirklich gedacht, dass hier eher die Secrets sind und dass es da weitergeht. Aber okay. Ah, Jan. Dieser Laser ist sehr laut. Das ist auch nein. Im Gegensatz zu dir. Für was ist das überhaupt? Ja. 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 Schalt so als hätte niemand die Droiden in den Plan eingeweiht. Scann mal. WD. Ionisierende Messsysteme. Obwohl die Kobomaterie nach wie vor geheimnisumwittert ist, wird angenommen, dass die Anlage sie durch ionisierte Energie verschiebt. Stationen in der Strahlenkammer überwachen den Prozess. Alles klar. Schau. Ionisierende Messsysteme. Hör. Na klar. Ich weiß. WIth. 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 Bist. WIth. 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 ...Geduld, Frieden, Demut, aber letztlich war das nichts anderes als die Ehrenpanzler. An die Brutalität der Jedi erinnert sich die Galaxis seit den Klonpringen. Nicht an deren Diplomatie. Die Jedi, die von diesem Primerium besiegt wurden, waren nur ein blasser Schatten, verglichen mit den Jedi aus Deggans Jahrhundert. Das kann sein. Das kann sein. Vielleicht überraschst du mich ja. Du gehst offenbar verzweifelt nach Tannelor. Aber wie weit würdest du dafür gehen, frag ich mich. Du hast schon dafür getötetet. Vielleicht bist du dem Gewehr in dem gar nicht so unend. Ich will dir keine Nase gewähren. Und erwarte im Gegenzug auch keine von dir hätten. Habitulation ist eine Kacke. Und ich lasse dich nicht mehr aufsperren. Ein Käfig ist die einzig wahre Niederlage. Dominanz ist der einzig wahre Sieg. Du bist aber ein Dominanter. Es gibt nur einen Weg, um weiterzukommen. Durch eine weitere Feuerkammer. Ja. Eine hat gereicht. Wir sind noch nicht fertig. Noch nicht? Lauf! Gell! Lauf! Wir haben mich grad ein bisschen erschrocken. Außerdem sind wir ganz schön schwach gerade auf der Brust. in der Deggans Vision aufs neue Realität wird. Wertvolle Ware. Laufkerl. 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 Alter Schwede. Was geht hier ab? Ist ja heftig. Da gehts hoch. Okay. Was anderes gibt es hier scheinbar nicht. Ich hätte mal gerne einen Speicherpunkt. Krees Labor. Sie hat bestimmt nicht erwartet, dass es jemals so weit kommt. Sie hat ihre Entscheidung getroffen. Aber wenn wir dadurch eine Heimat finden, die vor dem Imperium sicher ist, dann soll es so sein. Hm. Irgendwas stimmt nicht. Labortemperaturregler. Um Testbedingungen effektiv zu steuern zu können, wird die Temperatur des inneren Labors durch eine Hauptsteuerung im Atrium des Labors penibel genau geregelt. Gut. Aufnahme läuft auch. Ich dachte gerade. Habe ich die überhaupt gestartet? So. Meditationspunkt entdeckt. Einmal ausruhen auf jeden Fall. Ein Fähigkeitspunkt. Na ja. Ist egal. Wir hatten aber noch Boni. Wollte ich mir mal angucken. Erholung. Der Mindestwert, auf den sich die Machtanzeige automatisch regeneriert, wird erhöht. Generiert. Jedi, du bist fast schon zu spät. Ich warte im Kontrollturm auf dich. Komm zu mir, wenn du dazu in der Lage bist. Alles klar. Was ist das? Ja. Und? Und? Was ist das? Bleib besser. Bleib zusammen. Der Jedi. Och. Na ja. Hasen, was du sagst. Gesglass. Pух! Wir beruf, digilieren. Hier vergesse. Dafür lebe ich! Lass an und rennen! Kann ich dich da durchschleudern? Ne. Was geht denn hier ab? Es geht zu viel. Das ist nicht. Feuer Comme. Du mox. Was ist denn vorender Kobistenz? Puh. Hier zu viele. Ich spür hier gerade alles. Kommt er runter? Danke. Das machst du ja viel einfach. Oh. Oder auch nicht. Das macht es ja viel einfacher. Ich kann punkte halten. Oh. Komm ich da durch? Nee. Hat mich auch gewundert. So. Hier brauchen wir Kügli. Super Kumpel. Da geht es aber unlang. Ein Ego. In Deckung. Du Penner. Dazu kommt. Hallo. Ich habe schon vergessen, wie man gegen dich kämpft. Kann ich dich wegschleudern? Kann ich wegschleudern, aber du kommst nicht runter. Ach ja, der macht ja Schockwelle. Okay. Also, wenn ich den mache. Ich habe vergessen, wie man gegen den kämpft. Ich habe einen Eilung. Ich habe einen Eilung. Oh, Scheiße, vergessen. Ich hinge fest. Ah, das geht ja gar nicht. Hätte ich ewig gehen können. Bis jetzt war kein Test erfolgreich. Dagon Gera glaubt fest daran. Dann spürt er etwas, das ich nicht spüren kann. Der Plan. Das war ja nur das, was gerade passiert ist. Deswegen lese ich das auch immer nicht vor, wenn die in den Echo reden. So, dann gehen wir nochmal hoch, weil wir sind schon wieder ganz schön am Bobbes. Jetzt sind zwar die Gegner wahrscheinlich auch wieder da, aber wir haben unser... Was ist denn jetzt mit denen? Was kann ich denn da machen? Das wird mir nicht erklärt? Das wird mir nicht erklärt? Oder kann ich sie immer noch nicht benutzen? Muss immer noch irgendwo anders hin. Darunter zum Beispiel. Nein. So, aber da drin ging es doch auch nicht weiter, oder? Da oben? Geht es auch nicht weiter. Da ist eine Kugel drin, die brauche ich. Hallo, mein Freund. Soll ich mal was sagen? Komm mal her. So. Also da ist auf jeden Fall... Noch einer. Ey, soll ich mal was sagen? Ich glaube, ich habe keine Macht mehr. So. Ich brauche die Kugel da. Nö. Nö. Ich werde nicht daneben. Oh. Ich brauche Platz. Oh. Jetzt seid ihr dann, ihr Jordan. I believe I can fly. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht mit mir. Ey. Erstmal gehst du da runter. Ja? Wenn du dann da unten bist, dann gehst du noch weiter. Ganz schön enger Raum, auf dem wir hier kämpfen. Freikläden. Keine Chance. Das ist... Mann. Alle Nervensäge. Aber gibt immer wieder neue Erfahrungspunkte, wa? So. Wie kommen wir an diese Kugel? Lauf, 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 lauf. Geh, geh, geh. Sehr schön. Sehr schön. So. Dann kommen wir auch weiter. Endlich. Einmal springen, einmal springen, einmal springen, einmal springen, einmal springen und einmal springen. Ist schön. Scan mal. Funktionsuntüchtige Konsole. Diese Konsolen wurden durch die Zeit oder Sabotage funktionsuntüchtig gemacht, aber ihre Nähe zum innersten Labor zeigt eindeutig, dass die Informationen darin überaus wichtig waren. Alles klar. Ah. Centauri. Dagon, was habt ihr getan? Was ich tun musste. Stopp. Wollt ihr nicht, was ich will? Warum sonst habt ihr den Rat getäuscht? Ihr habt euren Weg verloren. Ergebt euch. Und gemeinsam werden wir eine Lösung finden. Kommt mit mir. Dafür ist es zu spät. So viel Verzweiflung, Centauri. Tannelor. Tannelor. Wie fühlt ihr es euch entgleitet? Sorry. Meine Verzweiflung gilt euch. Durch Tannelor habt ihr euch verändert. Das gleiche gilt für euch. Geht mir aus dem Weg. So hat er also seinen Arm verloren. Centauri. Ein Sanitätsdruide schnell. Und bereitet einen Bagdadank vor. Was hast du gefunden? Ein Neu-Ausrüstung? Technologie der Hohen Republik. Funktioniert mit meinem Greifhacken. Sie können uns helfen, am Turm hochzuklettern. Ja. Schön. Können wir endlich verbessert das Kletterkabel. Aber nicht ausgeliefert. Warum? Probieren wir es mal aus. Es funktioniert. Auf zu Rabeas. Cool. Cool. Ach, das wird so gesehen eine Zeitlupe. Verstehe. Verstehe. So, da haben wir dann wieder so ein Ding. Aber jetzt müssten wir eigentlich nochmal zurück, oder? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Es gibt hier auch keine Wand, oder so. Ah. Ich hab's verstanden. So. Eins, zwei, drei. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Und. Einmal so. Einmal so. Die Waffe freien lassen. Immer noch. Fehlt uns was. So, jetzt können wir hoch. Ich mag nicht hier die Zeitlupe. Aber ich werde es immer gleich irgendwie sind voll aufgeladen.